fuck und dann hab ich mir die ausgemacht hey geness, was geht'n bei euch ab? mädchen aber ich hätt schon gern die farmers da drin in dem spiel ich bin übrigens jetzt offizieller kommentator des cave clans müsst ihr mal vorbeischauen, unten im link ist die description alles klar weh ihr drückt nicht auf accept, ihr pisser und ja, müsst ihr mal gucken durch werd ich einfach auch sagen, wenn ich da mal irgendwas hochgeladen hab da spreche ich dann Themen an, die ich ähm da anspreche oh mein gott ähm, vielen dank für die ganzen neuen abonnenten, ich freu mich wirklich sehr über euch einfach mal jetzt hier ein hallo an alle hallo ich hab gemerkt, dass ich tatsächlich dieses call to action machen muss denn bei dem case opening video da seid ihr ganz schön eskaliert, was die daumen und sowas anging beim video danach hab ich's nicht gesagt und schwupps, gebt keiner einen daumen, nur fisch so ist es halt immer erwachsen, sweet ich muss das jetzt wohl dann doch einbinden also das mal, ich spüre auf jeden fall den unterschied HETCHARN soll ich jedes mal HETCHARN schreiben, wenn ich HETCHARN mache hier in dem Spiel? ne oder? oder vielleicht doch? HETCHARN ok, mene, ich geh auf die B ich hab ein Diffusel dabei, geh zur Seite und ich geh sogar noch hin bitte töte mich mein Freund hallo hallo hallo, hey 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 ich will deine Weapon haben, bitte ja, ich spiel mich halt nie warm ich bin so ein Dummkopf, wirklich ich mein, das geht ja immerhin um diese Matchmaking-Dinger und was ach, noch zwei du Pister erst mal den Maid umgeballert, weil ich's echt drauf hab NEIN ne, wir verkacken, man kriegt das nicht gebacken es ist wieder bitter, ne, es ist wieder ganz schön bitter, dass ich da einfach so man merkt einfach, wenn ich sterbe, hat das Team verloren ja, wenn der Meister nicht da ist gut das sind wir doch anders was machen komm, noch mal ECO GINES aber schön Diffusel und Rüstung gekauft ich hab's halt drauf jetzt kommen sie, jetzt kommen sie ja, 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 ja ich wusste es doch fuck gehen sie auf A, beziehungsweise legen sie schon auf A scheiße, wann, dann scheiße haben die AK der hat die Bombe, der hat die Bombe fuck, was macht der? ich weiß nicht, der hat doch die Bombe gehabt ja, okay, also ich wär jetzt wahrscheinlich ein verreckt wenn das er gelegt hey hey do not be afraid, my name is penis ach, unser Maid is AFK also das ist ein AK 77 great, this is so fucking great we gonna lose this fucking game, you know? tja, keine Rüstung, so ist es manchmal im Leben ist er behindert? Er hat mich auf 25 HP runter geneift der Vollidiot und er schreibt noch nicht mehr irgendwas von wegen sorry oder sowas damage taken from Yoyo, 72 vielen Dank Yoyo, 3 gegen 2, mach doch was also komm Yoyo, den letzten auch noch die AWP geht hoch und Anna defuse einfach, die AWP macht das schon zeitlich gesehen natürlich knapp, nicht wahr? übrigens noch, ich hab noch ne Frage an euch, die Aufnahme von gestern also dieses erste Match, das ich hier gezeigt hab wie fandet ihr den Schnittduktus? weil ich konnte nicht, ich kann das jetzt nicht großartig weniger schneiden, weil sonst ist es einfach zu zu lang und es geht ne Folge 20 Minuten oder sowas, das ist ja auch behämmert und er fickt mich direkt weg also die findet schon 5 zu 0 das wird echt ne ganz haarige Angelegenheit später von denen kamen noch 2 das war ein Sprungangriff die sind Mitte durch hab ich gehört den Dip ok oh bitte jetzt nicht sterben, ok? alle cool bleiben wieso alle hingehen? ja komm wir sterben, komm wir sterben seid ihr behindert man? wir kommen, wir bleiben einfach bei der Bombe und verstecken uns auf kurz wäre das nicht vielleicht ein Plan? ok, ein Dienstje bin mir nicht sicher, ob mein Rush jetzt eben dass irgendwas ausgemacht hat an der Runde aber ich hab zwei Leute gekillt hätte ich die nicht gekillt wären andere gestorben ich habe Menschen gerettet ich weiß nicht warum ich so komisch rum aim mal über die Ärmel hoch Gameplay da kann man nix spielen wenn ich ganz mit dem Bulli da rumrutsche ach ja was ich auch noch abklären wollte ich hab sehr sehr viele Anfragen jetzt Spielanfragen die nicht mehr spielen wollen und natürlich bietet sich da wieder ein Community Abend perfekt an ich weiß beim warte mal kurz warte mal kurz jetzt ich weiß beim nächsten Community Abend wollen wir Agario spielen das werden wir auch so machen denn das hat wenigstens jeder und da kann dann wirklich jeder mitspielen der will vielleicht wenn wir nach Agario dann ein bisschen noch zocken aber worauf ich hinaus will es ist schwierig euch alle zu bedienen natürlich ne es sind bestimmt jetzt ohne zu übertreiben 30 Leute die mit mir spielen und oder aufnehmen wollen und ihr wisst ja ich hab so schon so gut wie gar keine Zeit um überhaupt zu meinen jetzigen Aufnahmen zu kommen heute ist Freitag das hier muss bis morgen fertig sein ich hab morgen samstags 6 Stunden 7 Stunden Vorlesung ich muss das alles heute Nacht noch pressen und da ist es mir natürlich nicht nicht möglich einfach mit jedem ne irgendwie was aufzunehmen und hin und her weil ihr müsst ja auch wissen ich schneide die Sachen nicht einfach so hoch also ihr merkt es ja und ich kann da nicht einfach mit jedem aufnehmen das ist dann ein Arbeitsaufwand wiederum zu lieber verhaben aber das ist deine ich hab jetzt die letzten paar Abende schon öfter mal gezockt einfach so mit ein paar Kollegen mit ein paar Leuten mit ein paar Fans und das kann man gerne machen ihr könnt auch natürlich ihr könnt das auch gerne aufnehmen und das bei euch hochladen aber für mich ist es zu viel Aufwand auch noch aufzunehmen erstens bin ich oft eh gestopft also ich kann nichts aufnehmen wenn ich jetzt das ja ich denke ich nehme mir heute die ganze Nacht auf das heißt für mich meine Festplatte ist dann komplett voll und dann werde ich es peu a peu bearbeiten das heißt ich kann dann sicherlich 2-3 Tage eh nichts aufnehmen bis ich erst komplett alles fertig habe wieder erst dann kann ich äh arbeiten hier no chance bro wenn ihr im Video sein wollt fickt man das wird sowas von loose game hier wenn ihr auf diese Promo aus seid sag ich mal die man dadurch bekommt dann kommt zum Community Abend da strage ich jeden ein äh benehmt euch hört sich jetzt blöd an seid einfach so wie ihr seid und dann merken die Leute ah der ist cool bei dem schaue ich vorbei ne darauf das könnt ihr beim Community Abend dann machen nein 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 oh 42 nur und einfach so spielen ist wie gesagt auch nicht das große Problem und wenn ihr mich in Steam online seht fragt mich dann einfach ich habe Steam so voreingestellt dass ich immer offline bin bei Freunden ne das heißt wenn ihr dann wirklich online bin hat das ist ein Grund also dass ihr zum Beispiel joinen könnt oder mich anschreiben könnt oder was weiß ich weil jetzt zum Beispiel im Moment bin ich natürlich offline weil ich zusammenbrechen würde wenn mich jetzt dann alle anschreiben also das ist nicht gegen euch ihr wisst ja was ich meine das Fenster und sowas das ist nicht cool deswegen bin ich natürlich immer offline wenn ich was aufnehmen für Youtube einfach die Auge overhaul durch oder ich könnte es vorher an wobei ich das nie so genau weiß wann ich jetzt einfach so mal Zeit zum normalen Spielen habe neben den Aufnahmen und den Communityabenden spiele ich nie spiele ich gar nicht deswegen bin ich auch so schlecht keine Übung das ist ein Luxus einfach männer einmal so zu spielen oder Langeweile zu haben ich schreibe manchmal welche an und sagen sie haben Langeweile ich meine das ist jetzt nicht tragisch natürlich man kann ruhig Langeweile haben aber um Himmels Willen hätte ich hätte ich so viel Zeit beziehungsweise short 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 fuck bro hinter uns hab kein mit alter neun Schuss noch meine fuck ich hab jetzt vergessen was ich sag bitte werdet nicht sauer weil ich hatte jetzt zwei Leute die ähm die mit mir spielen wollten ich hab gesagt es geht nicht ich hab keine Zeit die dann aggressiv geworden sind und angefangen haben zu beleidigen also ähm Kinder hallo ganz ruhig 95% von euch alle ultra die coolen Socken ultra die coolen Socken die verstehen es natürlich auch aber es gab ne es gab da jetzt zwei Stück die waren echt unangenehm aufdringlich und dann so von wegen ja und dann deabonniere ich dich weißt du wo ich sag ja ne und jetzt los geht's mein Freund verpiss dich ei ich will doch äh 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 freundliche nette Zuschauer die mich mögen und nicht welche die äh spürbar einfach nur sich an mir hochziehen wollen nett mit mir mein Freund und wenn das dann nicht wirklich ist sich die Hose vollkacken fuck ich hab's gewusst man ich hab's gewusst ich wusste dass das hinten einer durchkommt ja was kann wollte ich noch ausspeichern ich hab für die Folge ultra viel zum ausspeichern das mit den Daumen hoch hab ich angesprochen zusammen zocken auch mit dem schneiden schnittduktus ist euch das wie gesagt recht wenn ich das so schneide wie ich das zum Beispiel in der letzten Folge oder auch in dieser Folge gemacht habe oder geht euch zu viel verloren oder findet ihr es ist noch zu langweilig ihr seht noch zu viel vielleicht soll ich auch jetzt einfach die Fresse halten weil das jetzt ich mein das ist schon spielentscheidend ich mein ich das wollt ihr ja sehen das ist jetzt auch wiederum was spannendes ne aber ich will gucken dass das maximal 10 sende und die letzte Folge war glaube ich schon 12 Minuten lang also von daher cool ride ne nice alter er hat doch aber gehört dass da eine AWP ist in der Grube smoke 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 dich smoke 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 ja oh wieder ein bisschen wenn das etwa hinhauen ahaha nice oh mein Gott nice ne natürlich hat sich sowas drin klar aber das davor hätte ich jetzt auch nicht zwingend mal Arme drin haben müssen das wäre ich mein also das ist ähm ich wurde schon gefragt wie ich schneide wie man so schneidet wie ich schneide ich hab da jetzt keine Taktik dahinter ich schneide einfach das raus was für mich langweilig ist schneide ich raus wie wär die tfehle uuugh biiiiiiiitsch Oh nein Also die hab ich ja böse gefressen ey Wie behindert war das Och haben wir wieder einen AFKler ey Es ist zum Kotzen Ich dachte die ganze Zeit Ah ja wir haben einen auf A Alles klar Fick die Kacke Junge Fick die Kacke Oh war das jetzt aufregend Ich hab's keinem so voll gespürt So fuck Ich Und dann hab ich mir die ausgemacht Naja also immerhin haben wir Fünf Runden Ich nehm mein Ding Mein Tugger Schon drei Leute gekillt damit Ich hab gehört mehr gibt's gar nicht Als drei Er schuft zur Neife man Alter er stellt sich auf mich drauf Bombe Leute Die Bombe ist zauern hinter uns Nein was mach ich Ich weiß nicht warum ich es gemacht hab Ich hab noch kurz so gedacht Ja ich lad nach Fuck Moment mal Der schafft's Der schafft's ich weiß es Es ist zwar ziemlich impossible Aber er schafft's Ja Oh Gott wie ich krieg's wieder Nice Komm man sollte nicht mit Ausrufezeichen Ähm Ja Sollte man nicht Okay Einkaufen Männer Wir Machen Sie Tot Na die hat er ja super geschmissen die Flashbang da Das war ja Schenny Flashbang Ich hab's geflasht cool bleibe Bitte Bombe legt direkt Bitte Bombe legt direkt Bombe Nehme ich noch Bombe Finde ich immer ein bisschen critical wenn sowas passiert Also man darf nicht Aber okay Ich wollte gerade sagen haben wir jetzt wieder einen AFKler am Start Dann breche ich aber wirklich gleich hier Äh In die Tastatur Komm halt mal den mal ein bisschen auf auf kurz Nice Ey was ist jetzt gerade los Warum läuft's jetzt auf einmal Standen halt auch schwach ne Und jetzt ein B-Rush reinhauen Komm OP90 Bitte Mate 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 Ich seh gerade nichts Ich seh gerade nichts Wo komm ich hier raus Hilfe Alter ist alles gesmoked Ich seh im Ich seh im smoke Nice Nein Verschmissen Und wer schmeißt da eigentlich immer diese dreckige He Oh nice Ey wir haben aufgeholt Krass Ich hab den Fehler erkannt Ich muss noch eine Sache auf meinen Weißclub tatsächlich hinzufügen Hast schon recht gehabt Mr. Monroe Hast schon recht gehabt Hm Hat recht gehabt Hab kommt Deine AFK da hinten Kurz warten Da bin ich ein Profi mit der Guck ich kann die Smoke nicht rollen Mit meinem scheiß Mausrad Nein 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 Alter was Ich konnte die Smoke gerade nicht errollen Weil da doch wieder so eine scheiß Krümel drin ist Ich muss euch die später zeigen wie eklig Es quillt aus diesem Mausrad raus So schwach das Zeug Oh zu zweit Oh scheiße Schon wieder hat das gesehen Von der Flash hat es eben auf Von ganz alleine Auf die Bombe Auf die Bombe Ich hab den hinten gesehen Aber den nicht Oh mein Gott So Hallo Nice Alter wie sie eskalieren Impossible Du bist echt Impossible Aber liegt auch ein bisschen an mir Weil ich schon so gut bin Ja Okay Okay Soll ich mir eine AWP holen Geh mal B Komm Geh mal B B Komm Alter so eine Wichse Wirklich Ey das regt mich jetzt echt auf Dass ich die AWP verloren hab Mein Jenny AWP Ich kauf die netten auch immer Ich hab ein bisschen geluscht Ich kauf vielleicht eine AK 86,3 Er ist wirklich sehr lucky Dieser lucky Schöner Move Trotzdem wird der jetzt gefickt Schade Hört mir überhaupt irgendjemand zu B-Rush Was ist ein B Wo ist denn das Macht euren Scheiß doch alleine Alter geh weg Jetzt kann ich euch das kurz zeigen Warte Seht ihr das? Und da quillt schwarze Scheiße raus Wie Teer Und da war ein riesen Klumpen Den hab ich vorhin abgemacht Aber es quillt einfach neu raus Das ist eine Krebsmaus Die hat Krebs Wow Josh Das war aber ganz schön langsam Mein Freund Josh ist so ein gelähmter Zombie Der Letzte Geht A Geht A Bitte nicht Geht einfach zusammen A Der Letzte ist doch jetzt auf B Oh Gott Um Himmels Willen Es wäre sicher Sicherer gewesen Sicherer Wenn sie einfach beide auf A gerannt werden Über kurz Geplantet Und dann gewartet bis er kommt Aber nein Er hat sogar noch die AWP verloren Ich sag's mal so Ja Ich war so geil auf die Bombe Ich will lieber die Bombe haben und legen Sicherheit haben Aber nein Die Fresse poliert Ist ja jetzt wieder AFK Der andere Vollidiot Oh mein Gott Da kommt er schon So und wir gehen auf B Komm mit B B B B B Wir haben noch so viel Zeit Wir können echt ein bisschen schleichen So Bild ist wieder da Die Festplatte ist voll gelaufen Ich weiß gar nicht Ob ich das jetzt noch sagen konnte Es ist jetzt wirklich der Oh nein Wir haben echt Das wäre der Matchpoint vorhin gewesen Aber das war unmöglich Und dann merke ich noch Dass die Scheiße nicht mehr läuft Ach wie ärgerlich ist das Ja naja Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei euch Vielen Dank fürs Zusehen Ja Daumen hoch nehmen Sonst werden eure Daumen Morgen nach hinten überdehnt Und ja Macht's gut Ciao Ciao